Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wo sind wir hier? Wir sind in der Türkei. Ich und Elena sind in der Türkei. Ohne Mann. Mit meinen Tanten. Was für Tanten. Mit meiner Tante und meiner Mama. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen ich stimme. Elena? Elena, back? Elena, bye-bye, ja? Hallo, ja. Danke, danke. Meine ist Hier ein bisschen lustig. Okay, danke. Ich bin am sparkle. Ich bin dein, mein Gott,им ich mir sprachme así. Tein ein bisschen willkommen. Ich bin dein,итьсяФicia und dein Vater. Also wir waren auch schon beim Arzt jetzt, wir waren jetzt im Krankenhaus, haben das Geschlecht vom Kind erfahren, besser gesagt, ich nicht. Ich bekomme dann heute Abend eine Überraschung von meinen Cousinen, da nehme ich euch auch mit. Na, wisst ihr jetzt wo wir sind? Ja, das ist unser Mechruf Denizli. Das ist unser Mechruf Denizli. Ja, das ist unser Mechruf. Nein, die Musik ist toll, Anne. ich habe mich schon angezogen habe auch schon mein ballon so wir gehen jetzt im café da bekomme ich da meine überraschung und was vermutest du junge oder mädchen ich glaube alle beide okay sie hat gemeint sie will mädchen wir sehen uns gleich im café hier ist man das Pizza mit Ketchup und Mayoneeze 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ein 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 Was ist das? Vielen Dank! Was ist das? Wollt! Wollt! Ravis mit mir spielen. Wollt! 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 Alright know what you said your name is! How is it? And come unh sanctified an animal before us! It confused me! Yeah, please do What am I saying? Keep going! So kinda... Aber wir haben alle den Schwestern. Mann, das hebt eine Brache für dich, du kannst, du kannst. Was ist der Brache? Was ist das? Was ist der Brache? Ich würde die Brache. Ich würde mich Againstbrache. Was ist der Brache? Ich würde meinen Brache zu machen. Schön, das war. Was ist das? Du weißt, wie du willst. Ich liebe das. Ich muss... Karteig gelieyo, oğlan karteig. Oğlan karteig. Oğlan karteig gelieyo. Oğlan karteig. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Heute sind wir auf dem Bazar. Bazar. Und sie shoppt richtig. Karteigi karteig. Töne karteige. Ich will die Karteig. Bazaar. Karteig. Ja, ich muss kurze Hosen kaufen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.